Und da die beiden Athleten alleine im Wettkampf sind, haben sie sogar mehr Zeit als diese angesprochene eine Minute. Und jetzt fackelt sie nicht lang. Im zweiten Anlauf passt alles. Hat die Höhe sogar deutlich hinter der Latte erst erreicht. Aber durch den guten Überflug kein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020